Ja, ich bin auch ein großer Fan von Discipline equals Freedom und ich glaube eben auch, dass viele da sozusagen irgendwie, naja, aber ich kann mich doch nicht den ganzen Tag dazu zwingen etc. Und genau das ist diese Botschaft, auf die wir glaube ich heute hinwollen, dass wenn du sozusagen diesen Rhythmus drinnen hast, wenn du diese Habits hast, also diese Gewohnheiten, die dich dazu bringen, dieses zu tun, dann jenes zu tun etc., dass dadurch diese Freiheit entsteht, deinen Tag sozusagen zu einem großen Teil so zu gestalten, wie es für dich passt und dadurch dann unendlich viele Freiräume entstehen. Das ist vielleicht auch wichtig, so innerhalb des Tages entstehen dann auf einmal Freiräume, die vorher nicht da waren, weil du einfach sozusagen von in der Früh bis spät gestruggelt hast im schlimmsten Fall. Und einfach immer so, oh, weiter, 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 naja, und da noch was und ja, und das geht auch noch, ja, okay, und dann machen wir noch das und dann sind wir irgendwann fertig. Also ich glaube, das ist so der größte Punkt, diese Freiräume schaffen durch die, und Disziplin ist in Deutschland vielleicht fast noch schlimmeres Wort als im Englischen, aber dort entsprechend hinzukommen. Also ich hoffe, das ist so, dass wir hier auf einmal so, dass wir die Freiräume sehen, wo wir es anschauen können. Untertitelung des ZDF, 2020